Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich heiße Micha Förster. Ich bin schon lange Arminia-Fan. Wenn ich steil bin, ich mache gut Laune. Ja, Arminia! Du bist schön aus der Welt! Ich bin ein schönes Fußball-Fan. Wenn ich mal Fußball am Wochenende nehme, bin ich so sehr verrückt. Ich bin Tobias Dudek, arbeite im Wohnheim Ettinghauser Weg und bin hier angestellt als Heilerziehungspfleger. Hier wohnen Menschen mit Down-Syndrom, Menschen mit Lähmungen der Extremitäten. Da haben wir Leute mit schwerst Mehrfachbehinderung. Fußball ist allgemein ein großes Thema, gerade in diesem Wohnheim. Der Kontakt mit dem Behindertenbeauftragten von Arminia Bielefeld ist da auch Reibungsflug. Das sind meistens nur zwei E-Mails. Und dann kann man da quasi zum Fußball fahren. Arminia! Mein Name ist Jörg Winkelmann. Benno, Spitzname bei Arminia. Ich bin der Behindertenfirmenbeauftragte von Arminia Bielefeld. Wir haben insgesamt 800 Plätze. Also alle Behindertenplätze zusammengezählt. Ich bin Reiseführer der Bundesliga. Es ist barrierefrei. Wirklich jeder kann da seine Informationen rausholen. Es geht meistens schon los, sobald wir dann mit den Autos auf die Parkplätze fahren und Richtung Stadion runterlaufen, dass die Stimmung dann auch hochkocht und Leute es kaum erwarten können, dann auch ins Stadion zu gehen. Mit allem Mann Films feiern. Vorher üben, Lied vorher. Ja. Man sieht die Gesichter, man sieht wie sie sich freuen, gerade wenn wir gewonnen haben, so wie heute. Ja, lause singe ich. Das ist auch eine richtig schöne Bestätigung, da auch sowas dann immer wieder zu gestalten für die Leute. Einfach schöne Spielball aufgewiesen. Arminia. Du bist der Beste für mich.